Sieht safe aus. Naja, so sehr safe ist es wahrscheinlich nicht. Komm hier rein. Nein. Nur eine... Eine Tür, die nicht aufgeht, wie immer. Oh. Macht man da auch so Fußspuren, wenn man durchs Blut läuft? Ah, noch eine neue Munitionskiste. Hä? Was ist denn da passiert? Musik ist auch sehr schön. Was ist das denn? Alle Waffen verursachen mehr Schaden bei Kopfschüssen. Ausrüstung erhalten. Dein Trupp hat Zugriff auf neue Ausrüstung. Wo denn? Wie denn? Kann ich das denn? Hier? Ach, bei Ausrüstung. Standardpack, Scharfschützen, Streulaser. Mhm, mhm, mhm. Westenfarbe. Ha! Sehr, sehr schön. So ein Blau ist da aus, sehr nett. Oder ein Braun. Oh, Braun. Hemdfarbe. Beige. Hosenfarbe. So, was schönes Dunkles. Krawatte. So ein netter Rot... So eine nette rote Krawatte natürlich noch dazu. Ah, sehr schön. So, Ausrüstung. Kann der hier ausrüsten? Standardpack. Nee. Rupright, Ausrüstung. Auch nicht. Naja, egal. Das werden wir dann schon später, später feststellen. Das wird vielleicht für einen Ingenieur oder so sein. Äh. Oh. Sieht nicht gut aus. Sage ich gleich mal so. Wenn ich F gedrückt halte, mache ich hier diesen Nahtkampfangriff. Oh, es ist noch. Feind angegriffen! Ja! 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 Ja, Granate! Der bleibt natürlich mittendrin stehen. Haltet den Druck aufrecht! So, jetzt könnt ihr euch auch ein Stück vorbewegen. Aber vorsichtig mit den Granaten. Gehen Sie in Deckung! So, und der andere? So, und jetzt müssen wir alle mal sehen, dass wir diesen komischen Geschützturm da down kriegen. Schalten Sie ihn aus! Auf den da konzentrieren! Ziel wird eliminiert! Hebe es an! Mit mir geht's zu Ende! Wir brauchen einen Aus! Geh es hoch! Geh es! Sanitäter! Sanitäter! Moment! Ich komme! Ah, hier steht was im Weg! Ich sehe nichts! Alter! Ja, ist er! Bin ja gleich! Ich komme! Sterben wir wie die Fliegen hier! Oh, was war das denn? Ja, der Schütz ist weg. Komm schon! Boah, diese alte Ferkel hier oben! Boah, krass! Ich muss zurück! Angriff! Schieße auf Ihr Ziel! Auf dieses Ziel konzentrieren! Die Drohne! Sie heilt Sie! Oh, ich stehe aber auch mittels drin gerade! Ah! Ah! Ich brauche eine andere Waffe oder mehr Munition! Boah, krass! Das war jetzt ja nicht so der Taktik, äh, Vorteil vom Feinsten! Naja, wenn man es schon 5000 Mal gespielt hat vielleicht! Wenn man es schon einmal durchgespielt hat, weiß man dann wahrscheinlich, was einen erwartet! Ah, alles voll! Hätte man ja hier super Schutz haben können! Finden wir noch eine andere Waffe oder gibt es momentan nur diese normalen Energiewaffen, wo wir schon eine von haben? Wo ist der Typ? Können die Typen eigentlich auch, ähm, sich so eine Waffe nehmen? Äh, nein! Ach, Abbruch! So! Ich dachte, ich könnte denen vielleicht auch so eine Waffe in die Hand drücken! Oh, Alter! Oh, was ist das denn? Ich habe eine von diesen Reaktorkugeln gefunden! So wie die damals in Groomrange! Und? Die ganze Stadt wird transformiert! Und mit diesen Keimen fängt es an! Und die sind sehr aktiv! Und ich schätze, die machen hier nicht Halt! Die Frage bleibt aber, warum? Wir brauchen Antworten! Finden Sie Dr. Weir und kommen Sie zurück! Dr. Weir! Dr. Seltsam! Dr. Seltsam! Also eigentlich auch ein cooles Bild, so! Für... Let's Play! Tech! So, wo müssen wir denn lang? Bevor ich das hier noch weiter bewundere! Krass! Krasses Ding! Oh, es hat sich selbst geöffnet! Oh, es hat sich selbst geöffnet! Oh, die Häuser hier hinten! Die stürzen gerade ab! Das ist Terraforming! Was ist das hier? Das ist das, was diese ganze Stadt verändert! Wer ist Stadt? In Groomrange konnten wir es nicht! Wir haben Glück, wenn Weir noch lebt! Aber warum bauen die hier? Nicht nur hier! Die wollen das mit unserer ganzen Welt machen! Oh ja, das wollen sie! Aber wir werden es nicht zulassen! Das ist doch ganz klar! Meine Buddies! Wir werden gegen die außerirdische Macht kämpfen! Oh, das macht Musik! Ach nein, das ist Musik... Das ist Hintergrundmusik! Ich dachte, dieses Ding hat jetzt Musik gemacht! Oh, krass! Oh, krass! Nicht jetzt bitte! Ich glaube, da unten steht das! Nicht jetzt bitte! Sammeln Sie die Daten, bevor ich die Kontrolle über das Geld verliere! Unglaublich! Alan! Los, die Messungen! Ja! Ich sehe es! Wir wurden entdeckt! Sie müssen fliehen! Schnell! Nein, nein! Es gibt zu vieles zu begreifen! Dr. Weir! Wir müssen weg! Los! Nimm Sie die Hände weg! Ich versuche sie aufzuhalten! Aber sie kommen gleich! Sie müssen Dr. Weir in Sicherheit bringen! Er ist der Schlüssel! Der Schlüssel zum Mosaic! Verstehe! Oh, den haben sie auch schon verändert! Wer zum Teufel sind sie überhaupt? Wie haben sie mich gefunden? Sie brauchen nur zu wissen, dass wir sie retten werden! Ich kann mich nicht erinnern, die Hilfe von solchen Leuten wie... Hol mich, der Teufel! Entdeckung, Doktor! Los! Oh-oh! Hat so ein bisschen was von dem... vom richtigen Sky Ranger! Das ist ihr Ziel! Ziel wird erfasst! Angriff! Der gehört mir! Er ist außer Gefängn! Der gehört mir! Oh! Immer nur Action hier! Na? Die Dich, schnell los! Die Dich! Die Dich! Die Dich, die Dich! Ich muss Munition holen! Geh weg! Ich brauche Munition! Ich brauche Munition! Auf Fallen, die Dich! Die Dich! Die Dich! Die Dich! Der Mann hatte sich untermerkt! Die Dich! Die Dich! Die Dich! Oh, es sind zu viele auf der Seite. Ich habe meinen Hut verloren. Ist ja schön, dass es auch anzeigt, wie viel Prozent man da Zielwahrscheinlichkeit hat, aber so richtig zum Zielen kommt man ja gar nicht. Oh, was hat er denn schon wieder? Ey, der stirbt hier ständig. Ist in den Typen reingelaufen? Hat es mich jetzt erwischt? Wie wär's mit Edmonds Unterstützung? Auf dieses Ziel konzentrieren. Hilft mir noch jemand? Er braucht Hilfe! Na komm! Ich warte. Ach so! Ich habe auch nur eine gewisse Zeit. Verdammt! Oh oh! Ich habe auch nur eine gewisse Zeit, bis ich wieder belebt werden kann. Das wusste ich noch nicht! Naja, jetzt wissen wir es ja. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir erstmal die Typen am Boden platt bekommen. Und dann den Rest machen. Und dann den Rest machen. So, das kennen wir schon. Wo und wo. Hä? Wieso kann er denn nicht so? Hä? Soweit laufen hier. Was? Das wollte ich doch gar nicht. Fäuste gewalt! Ja, das bin ich. Und warum? Heilung aktiviert! Solltest du nicht diesen Typen hier platt machen? So, jetzt eröffnet mal alle das Feuer auf dieses Teil da. Eliminieren Sie ihn! Schieße auf Ihr Ziel! Ich gehe rein! Oh, mein, erledigt! Bye-bye! Sag ich nur. Sie hatten Schilde! Wo ist er denn? Der Typ? Der Rube-Ride, den es erwischt hat. Wo ist der, der... Ja, wo bist du? Ändere die Position. Ach, ich dachte, der ist schon down. Haltet den Druck aufrecht! Hat es eine schlechte Position, Wolf? Dann ändere doch deine Position. Du musst auch mal mitdenken. Hm, selbst ist der Mann. Boah, Munition aufgebraucht. Ah, schön, down. Boah, Schwein gehabt. Dass die KI nicht mitdenken kann. Fork, wir haben Dr. Weir. Sehr gut, Carter. Gut gemacht. Porns, wenn Sie in der Nähe sind, wäre gut, wenn Sie uns holen könnten. Verstanden. Verschwinden wir von hier. Danke, Agent Carter. Ohne Sie wäre ich hier nicht lebend rausgekommen. Ja, jetzt auf einmal. Und wo hast du das gewählt? Truppenstatus. Ja, 66 Kills. Fünf und zwei. Technologie erbeutet. Scharfschützen. Pack. Outsider-Aktivität. Und ein Newton haben wir sogar. Ah, Gott sei Dank. Erstmal zurücklehnen, entspannen. Von der Action erholen. Sind wir gar nicht gewöhnt, hier so angegriffen zu werden. Folgende Militäreinrichtungen sind nicht länger einsatzfähig. Barstow, Fort Drum, Fort Mason, McClellan, Nellis, Norfolk, New London und Wright-Patterson. Diese Basen sind dick und zerstört. Die Zahl der Todesopfer wird auf 90 bis 100 Prozent geschehen. Es gibt einfachere Wege, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich wollte Sie um Ihre Hilfe bitten. Es gibt einiges, wofür wir einen Senior Agent brauchen. Aber das Silber ist auf Einsatz. Ich sitze am Schreibtisch. Und Nellis? Nun ja, Sie sind der Einzige, der das kann. Gehen Sie in den Stab und rufen Sie die Karte auf. Habe ich eine Wahl? Nicht wirklich. Ich helfe immer gern. Was hat er denn jetzt für einen schicken Pullunder an? Und mit diesen letzten Worten von der Agentin und unserem Agent Carter werde ich mich verabschieden ins nächste Let's Play. Also bis dahin, meine Freunde. Tschüss.